Hallo und herzlich willkommen wieder bei unserem Detail. Heute das Sub-Resort. Hier in Zeitlupe. Ihr seht das einen tiefen Demi-Plié. Noch einmal kurz vertiefen. Die Füße sind ganz eng zusammengeklebt und die Landung erfolgt am Platz. Natürlich wieder mit einem Demi-Plié. Jetzt nochmal das Original. Und wer weitere Fragen hat, meldet sich www.ballett.ro